UNTERTITELUNG 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 Jahrelang Mieden Sie die Erde. Ich hab Sie sehr oft um Hilfe gebeten und Ihnen tausend Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen. Tja, jetzt ist alles anders. Wie viel wissen Sie über Ihr Sicherheitsteam? Was genau meinen Sie damit? Juri, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. UNTERTITELUNG 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 In Ihrer Verfassung sind Sie an dem Kampf nicht gewachsen. Das ist erst der Anfang. Das ist mein Krieg. Meiner. Und ich bin der letzte Mensch, der zwischen Ihnen steht. Und dem, was Sie wirklich wollen. Und was wäre das? UNTERTITELUNG 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 ZWEK